als er nicht so entspannt ist es dann Tod Kostler um Euro Euro die jahre das entspannen oder war uns zu haben ja 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 ich bin wirklich doch auch hoch das ist jedes mal wieder von vorne anfängt das ist ein bisschen schade finde ich ich hätte einfach mal durchlaufen könnte ich habe noch nie ganz bis zum ende gehört ja 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 Gott bitte Du 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 Nr. 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 Ich konzentriere mich jetzt einfach nur auf die Musik. Nr. 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 lustig nein wo wir jetzt nachdenken wie hier hoch es ist unglaublich ist so so unglaublich und da schuss 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 um ja 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 das ist so also ziel in den rw 2 schießt das geht denn nicht ja 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 wenn ich habe immer mal wieder ich muss ja selber sagen ich bin als sicherheit koffer das kennt einfach eine art musik zu verändern fand ich sehr faszinierend habe ich around the world eingegeben ja also ich weiß nicht kennt man eventuell eigentlich ein ziemlicher nonsense songs aber songs song aber halt relativ gut und eigentlich so dann bekam das da auf deutsch dazu gedacht scheiße also ich bin ich fand es lustig ich glaube ich habe sogar als 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 auch fast zu heller mehr konzentration als als nicht als favor aber so als sammler oder so also ich schon es lustig total total im arsch das lede war also man sollte es wirklich auf englisch lassen deutsch ist das jetzt nicht so einer hat sich das jetzt nicht so da kommen schon ich will nie mehr naja gut ich glaube das wird aber trotzdem hier auf screen arbeit habe ich ja das gefühl weil das ist einfach noch mal ja ich meine ich hätte es ja einmal fast geschafft aber dann meinte das spiel ja mal wieder uns schicke ich noch ein pfeil nach unten aus dem nichts was den absoluten nichts also ich glaube wie gesagt der dritte raum ist nicht so schwierig man muss noch mal hinkommen und das ist mein problem momentan dann würde ich sagen ich versuche mich jetzt auch wir machen mal wieder die ultimativen für und und ähm gucken dann wenn ich durch bin ähm gucken wir dann weiter also die ultimativen 5 wie ultimativen 5 ähm oh scheiße äh so jetzt sind wir zum beispiel noch vier so und das wenn ich hier runter geht das zählt übrigens nicht sehr affisch ähm so vier habe ich noch vier versuche ja 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 dann würde ich sagen der rest wird dann ausgänge macht was das überkommt mich noch mal wo dass ich unbedingt meine aufnehmen zu müssen es sind nur noch drei oh gott hoffentlich habe ich das dann weil irgendwie und ich weiß dass noch zwei schöne stellen kommen in diesem spiel um ehrlich zu sein es sind auch so ziemlich nur noch zwei räume bis zum boss also nach dem hier nach dem scheiß hier warum geht er dann wieder nicht raus das ist ein mysterium ehrlich noch zwei noch zwei noch zwei noch zwei noch zwei noch lustige zwei versuche laja ja 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 komm schon ich will hopp 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 runter und und wieder zu weit der letzte versuch wär jetzt mal geil wird das jetzt mal funktionieren aber irgendwie glaube ich nicht so wirklich dran so ganz so wirklich richtig nicht wirklich ich ja 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 okay okay so la 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 das ist wieder die beschissene version ha ich komme zumindest mal wieder in den nächsten raum Prozent Ruhr kommt sogar noch in den nächsten Raum Mama Mama Lolo 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 okay was auf dem letzten Versuch Leute ich bohr Lachau Hall so happy so und das ist jetzt der nächste schöne Scheiß die Jahrhaut jetzt da steht hier wird es erst mal lustig überhaupt war ich hab's geschafft Lolo 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 es ist faszinierend echt auf den letzten Versuch ne auf den letzten Versuch oh yeah baby nein da muss ich muss oben nochmal landen sonst kann ich das nämlich knickern damit ich den Doppelsprung dann mich wieder hab so jetzt ich bin gestern nein hab ich jetzt eben gesagt ich muss da oben nochmal landen aber was hab ich gesagt lol ich hab es tatsächlich geschafft es ist so faszinierend genau am letzten oh jetzt freu ich mich oh ja und das das ist das ist ne das ist nicht mehr schön das ist alles aber nicht mehr schön ja dann lag dazwischen, ne lag mich endlich lag ob ja jajaja sicher doch ähm ähm nein so 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 das kann das ist wirklich von auch hier ist alle dass ich das jetzt auf den letzten versuch geschafft habe ich glaube immer noch nicht die ultimativen fünf haben halt doch noch geholfen ich glaube war auch das erste mal dass er geholfen haben so jetzt fühle ich mich wieder gut jetzt fühle ich mich wieder gut und vertrecke trotzdem ist das geil das geil ansage ich habe das irgendwie ein bisschen schwerer in erinnerung auch kommen schon muss da oben zum stehen kommen okay der erste teil geht der zweite teil ist für den arsch weil der halt feiert ne ich muss da oben stehen sonst kann ich es knicken auch herrlich oh no oh no oh no was mache ich denn so schwer ist es jetzt echt nicht also der erste teil der geht hier ich hatte auch mal im kopf wie der typ da oben in der wolke aus wusste das mal aber natürlich jetzt wo man genau davor steht weiß man es natürlich nicht mehr um um k k k zack 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 hoffentlich hat freck das jetzt aufgenommen wo der sah nicht schlecht aus der letzte der letzte der will aber mich stört der typ ja ziemlich selten finde ich zumindest so geht nicht so momentan so 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 und schon wieder verreckt und schon wieder verreckt und schon wieder verreckt naja gut ich meine in dem raum fehlen auch einige saveboxen aber ich sehe ganz hinten im raum ist auch wieder eine und das freut mich jawohl das freut mich und er verreckt wieder und das war ein lieber lag und das war auch wieder ein lieber lag ja ok jetzt machen wir wieder lag time oder was zumindest kommt mir das grad so vor ja das ist oder ist lag doch oder ist das jetzt wieder nur bei mir wahrscheinlich hat er grad wieder geschnitten oder so wow 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 bis unten ist das nicht so schwer und dann ist das ätzend